Auf den Übermerkungen zum heutigen Spiel der 3. Jäger Tickersonenbach gegen Hans-Gebirgau. Zunächst einmal traditionsgemäß ein Gruß an unsere heutigen Echste. Da sehen Sie die verantwortlichen Mannschaft und natürlich auch die mittlereichsten Fans aus Auer. Hallo, herzlich willkommen in der Jäger. Aber ganz besonders möchten wir begrüßen im Mai Stortbach-Fachsverbünde im Bereich der Jäger, im Saarau-Bereich und auf der Wannermarkt-Reichmöhe die Fans von Beringers. So, wir halten euch an und hier ist die Ausstellung von Hans-Gebirgau und Gnatrius. Die zwei Seiten stark gezählt, die 23. Stattdurchstattung und die 29. Jäger Tickersonenbach gegen Hans-Gebirgau. Ja, und ich hab ja auch schon auf Beringers. Im Tor mit der Nummer 28, Robert. Mit der Nummer 2, Alexander. Die Nummer 6, Martin. Die Nummer 8, Daniel. Die Nummer 11, Christian. Die Nummer 17, Stefan. Die Nummer 20, Bieris. Die Nummer 21, Sebastian. Die Nummer 30, Urz. Die Nummer 31, Munir. Und die Nummer 33, Schwarz. Die Nummer 33, Junike. Die Nummer 33, Junike. Und das ist Wies 응 Das ist der Aufmerksamkeit. Das war's für heute. gebe ich alles im Steckerstaat der Ball auf den Anstoß gab. Und hier hab ich so gefühlt, kann man nicht beschreiben, kann man nichts erklären. Mauern ist zwecklos, Bälle schießen durch die Nacht, und der Geist von Wienerberg, wer ist wieder erwart? O-F-C, forever O-F-C, das Bild auf den Wienerberg, ist nur fein, O-F-C. O-F-C, forever O-F-C, das Bild auf den Wienerberg, Wienerberg, das Bild auf der Große. U-F-C, und die Nachbarschaft hier und die Mellschaft, und die Nachbarschaft, du hüten Mischof, am Kürger, die Nachbarschaft, nicht mehr! Stabt an den Wienerberg! 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 Das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. 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 Das war's.